Wir fahren in die Berge, ja, wir fahren in die Berge und der ganze Bus muss bippien. Wir fahren in die Berge, ja, wir fahren in die Berge und der ganze Bus muss bippien. Wir fahren zwar nicht in die Berge, aber wir fahren nach Koblenz. Wenn wir eine Reise machen, wollen wir ein bisschen... Mit dem SVS-Fanbus nach Koblenz. Abfahrt Sonntag, 14. November 2010, 9.45 Uhr am Hartwaldstadion Sandhausen. Fahrpreis Erwachsene 10 Euro, Schüler 5 Euro. Anmelden könnt ihr euch bei unserem Fan-Berauftragten Stefan Allgeier. Oder ihr holt euch ein Ticket direkt im Clubhaus des SV Sandhausen im Hartwaldstadion. Wir sehen uns am Sonntag auf der Fahrt nach Koblenz. Doch der ganze Bus, der Bus, der Bus, der Bus, der Bus.